Coldplay im Olympiastadion München – Wetterwarnung und Anreise Das mit Spannung erwartete Konzert der britischen Band Coldplay im Olympiastadion München zieht zahlreiche Fans aus der ganzen Welt an. Doch bevor die Musik beginnt, müssen sich die Konzertbesucher mit den aktuellen Wetterbedingungen und Reisehinweisen auseinandersetzen. Meteorologen hatten vor dem Event bereits eine Wetterwarnung ausgesprochen, die teilweise heftige Gewitter und starke Regenfälle für die Region vorhersagten. Hier der übersetzte Text auf Deutsch. Solche Bedingungen könnten sich auf die Anreise und das Gesamterlebnis der Fans auswirken. Die Organisatoren des Konzerts rieten den Besucherinnen und Besuchern, sich rechtzeitig über die Wetterlage zu informieren und entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Insbesondere wird empfohlen, wetterfeste Kleidung und Regenschirme mitzunehmen, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Die Sicherheit der Fans hat dabei oberste Priorität und es wurde versichert, dass ausreichend Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden, um die Zuschauer zu schützen. Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Anreise ist die Verkehrsanbindung zum Olympiastadion. Das Konzert zieht viele Menschen an, was zu erhöhtem Verkehrsaufkommen führen wird. Die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG empfahl öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, um die Anreise zu erleichtern. Sie verwies auf die U-Bahn-Linie U2, die direkt zum Stadion führt, sowie auf zusätzliche Buslinien, die während des Events verstärkt eingesetzt werden. Aufgrund der zu erwartenden Menschenmenge sollen auch spezielle Shuttle-Services eingerichtet werden, um die Fans sicher und schnell zum Stadion zu bringen. Der Veranstalter kündigte an, dass sich die Tore zum Olympiastadion bereits eine Stunde vor Beginn des Konzerts öffnen werden, was den Besuchern die Möglichkeit gibt, rechtzeitig zu kommen und die Atmosphäre vor dem Auftritt von Coldplay zu genießen. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, wird geraten, möglichst früh zu erscheinen. Hier ist der übersetzte Text auf Deutsch D. Zudem wird die Sicherheit am Eingang durch verstärktes Sicherheitspersonal gewährleistet. Besucher sollten sich darauf einstellen, ihre Taschen bei der Einlasskontrolle zeigen zu müssen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. In Anbetracht der besonders erhöhten Sicherheitsmaßnahmen und der Wetterwarnung ist es ratsam, die Informationen regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls auf soziale Medien für aktuelle Updates zuzugreifen. Auch der Veranstalter könnte kurzfristige Änderungen im Zeitablauf oder bei Sicherheitsvorkehrungen kommunizieren, sodass sich alle Beteiligten rechtzeitig darauf einstellen können. Abschließend sollte jeder Fan, der plant, Coldplay im Olympiastadion zu erleben, seine Anreise wohlüberlegt und entsprechend den gegebenen Informationen zu gestalten. Während die Vorfreude auf die Musik und die beeindruckende Bühnenshow der Band groß ist, sollten die Sicherheits- und Gesundheitsempfehlungen Teil der Planung sein. Vorfreude lässt sich schließlich am besten ohne Kummer und Stress genießen. Autor Anita Farke, Freitag, 16. August, 24. 06. August, 24.